Häufige Probleme mit dem Samsung Galaxy Tab Active 3 und wie man sie behebt. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch, ich hoffe es geht euch gut und bei guter Gesundheit und im besten Fall heute mit euch ein neues Video, welches die häufigsten Probleme beim Samsung Galaxy Tab Active 3 aufzeigt und wie man sie behebt. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles neue zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Netzwerkprobleme auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3 Lösung Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Samsung Galaxy Tab Active 3 und legen Sie die SIM-Karte erneut ein. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Schalten Sie den Flugmodus für einige Sekunden ein und wieder aus. Gehen Sie zu SIM und Netzwerk-Zugangspunktnamen Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Es können Netzwerkprobleme auftreten, wenn Sie den Bootloter entsperren, ein benutzerdefiniertes ROM installieren oder wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass ROMing-Dienste in den Netzwerkeinstellungen aktiviert sind. Rufen Sie Ihren Netzbetreiber an und fragen Sie ihn, ob das Problem bei ihm liegt. Nachdem Sie die oben genannten Korrekturen angewendet haben, müssen Sie Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 Smartphone neu starten. Verzögerungsproblem bei Samsung Galaxy Tab Active 3 Haben Sie das Gefühl, dass die Smartphone-Oberfläche langsam und träger ist? Wenn ja, hier ist die Lösung für Ihr Gerät. Dieses Problem mit Smartphones betrifft fast jeden und ist heute das häufigste Problem bei allen Geräten. Dies kann jedoch auch bei neueren Telefonen passieren, da wir dazu neigen, den Arbeitsspeicher neuerer Modelle mit Apps oder Dateien zu füllen, die wir eigentlich nicht mehr benötigen. Lösung Überprüfen Sie, ob die Temperatur Ihres Samsung Galaxy Tab Active 3 hoch ist. Manchmal funktionierten aufgrund von Überhitzung verschiedene Funktionen des Geräts nicht mehr. Haben Sie mehrere Tabs in Ihrem Browser geöffnet? Wenn ja, schließen Sie es. Das Öffnen vieler Registerkarten erhöht die REM-Nutzung auf Ihrem Telefon. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie etwas internen Speicherplatz auf Ihrem Telefon belassen. Entfernen Sie unerwünschte Apps von Geräten wie Antivirus-Apps und Junk-File-Cleaner-Apps. Haben Sie kürzlich eine App installiert und haben ein langsames Problem? Wenn ja, dann installieren Sie diese App. Danach begann das Problem. Wenn Sie eine Mikroskarte in Ihr Telefon eingelegt haben, stellen Sie sicher, dass Sie Mikroskarten der Klasse 10 verwenden. Sie sind schneller als normale Karten. Aktualisieren Sie Ihre Telefonsoftware auf die neueste Version. Sofern verfügbar. Haben Sie Probleme mit wenig Speicherplatz? Ja, verwenden Sie die Lite-Version der Apps wie Facebook Lite, Messanger Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter. Öffnen Sie den Play Store und aktualisieren Sie alle Ihre Apps, wenn Updates verfügbar sind. Verwenden Sie einen Drittanbieter? Denstellieren Sie es sofort. Meistens verlangsamt die Verwendung verschiedener Launcher-Apps das Gerät. Denstellieren Sie außerdem alle auf Ihrem Telefon installierten Icon-Packs oder von Packs von Drittanbietern. Löschen Sie den Cache und die Junk-Dateien von Ihrem Gerät, und das Problem sollte behoben sein. Wenn auf Ihrem Samsung Galaxy Tab Active 3 immer noch Verzögerungsprobleme auftreten, muss ein Hardware-Problem vorliegen. Bluetooth funktioniert nicht auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3. Probleme mit der Bluetooth-Kopplung und Verbindung können lästig sein. Ihr Telefon kann möglicherweise keine Verbindung zu Ihrem Auto herstellen oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, die Lautsprecher zu koppeln. Mach dir keine Sorgen. Hier ist, was Sie tun können, um dieses Problem zu beheben. Lösung Versuchen Sie, das Bluetooth mit einem stabilen Zustand zu verbinden. Halten Sie Ihr Telefon von Taschen oder kompakten Umgebungen fern. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät ordnungsgemäß mit dem Samsung Galaxy Tab Active 3 gekoppelt ist. Häufig wird das Problem durch eine falsche Kopplung verursacht. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Sichtbarkeit Ihres Geräts ausgeblendet ist. Senden Sie viele Dateien gleichzeitig über Bluetooth. Denken Sie daran, dass Bluetooth kleine Dateien senden kann, keine großen Dateien. Wenn Sie den Energiesparmodus und den abgesicherten Modus aktiviert haben, deaktivieren Sie ihn. Starten Sie Ihr Telefon neu und versuchen Sie dann erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wenn Bluetooth-Geräte nicht nahe genug beieinander stehen, führt dies zu eingeschränkter Konnektivität. Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Haben Sie immer noch Probleme mit der Bluetooth-Verbindung? Ja, dann versuchen Sie, Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Samsung Galaxy Tab Active 3 Überhitzungsprobleme Ihr Telefon heizt sich regelmäßig auf, aber es könnte der Akku oder etwas anderes sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Telefone heiß werden, wenn sie verwendet werden. Dies ist normalerweise ein Zeichen für eine intensive Verarbeitungsaktivität bei der Arbeit. Z. B. Das Spielen von Spielen und das Streamen von Musik oder das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps. Hier sind die Schritte, um das Heizungsproblem loszuwerden. Lösung Schließen Sie die im Hintergrund laufenden Apps und prüfen Sie, ob dies Ihnen hilft, das Problem zu beheben. Führen Sie einen grundlegenden Neustart Ihres Samsung-Telefons durch und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Schalten Sie Wi-Fi, GPS, Bluetooth und andere Verbindungsoptionen aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und deaktivieren Sie die automatische Helligkeit. Wird dieses Problem durch das Aufladen Ihres Telefons über eine Powerbank verursacht? Wenn ja, dann ist dies der Hauptgrund. Häufig führt das Spielen von Spielen während des Ladevorgangs zu Überhitzungsproblemen. Die Umgebungstemperatur kann für die Überhitzung des Geräts verantwortlich sein. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 im abgesicherten Modus und prüfen Sie, ob dies hilft. Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonsoftware und Anwendungen auf dem neuesten Stand sind. Es kann zu Überhitzungsproblemen kommen, wenn Sie viele Apps auf Ihrem Telefon installiert haben. Denn stellieren Sie Apps und Spiele, die nicht verwendet werden. Geben Sie so viel internen Speicher wie möglich frei. Dies wird definitiv Ihr Telefonerlebnis insgesamt verbessern. Wenn Sie hochwertige Grafikspiele spielen, ist eine Erwärmung normal. Scannen Sie Ihr Telefon mit PC-Antivirus. Möglicherweise befindet sich auf Ihrem Telefon ein Virus, der das Heizproblem verursacht. Kamera-Probleme auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3 Sehen Sie sich auf Ihrem Samsung Galaxy Tab Active 3 Smartphone mit Bildern in schlechter Kamera-Qualität konfrontiert? Wenn ja, dann sind hier die bewährten Schritte, um dieses Problem zu beheben. Lösung Dieses Problem wird durch einen Fehler im Android-Betriebssystem verursacht. Um es zu beheben, müssen Sie auf ein offizielles Update des Herstellers Ihres Geräts warten. Haben Sie eine Kamera-App eines Drittanbieters installiert und stehen Sie vor diesem Problem? Ja, denn stellieren Sie es und verwenden Sie die offizielle Kamera-App. Wenn Sie das beste Ergebnis mit Ihrer Kamera erzielen möchten, verwenden Sie unbedingt die Bildstabilisierungsoption. Löschen Sie den Cache der Kamera ab und öffnen Sie die App. Überprüfen Sie, ob dies das Problem löst. Aktivieren Sie in der Kamera ab die HD-Option. Überprüfen und entfernen Sie alle zuvor auf dem Bildschirm Ihres Telefons angebrachten Glasschutzfolien. Wenn Sie dunklere Fotos erhalten, schalten Sie das Kameralicht ein. Änderungen an den Kamerinstellungen können dieses Problem verursachen. Ändern Sie die Kamerinstellungen auf die Standardeinstellungen und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Entfernen Sie den Kamera-Filter von Ihrem Telefon, wenn Sie einen davon verwenden. Reinigen Sie das Kamera-Objektiv des Samsung Galaxy Tab Active 3 und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Es muss ein Hardware-Problem auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3 vorliegen, damit die Kamera nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie folgendes, laden Sie Google Camera für Samsung Galaxy Tab Active 3 herunter. Samsung Galaxy Tab Active 3 Akku entlädt sich schnell. Es ist ein häufiges Problem, mit dem fast jeder Smartphone-Besitzer konfrontiert ist. Wenn der Akku Ihres Samsung Galaxy Tab Active 3 schnell leer wird, versuchen Sie normalerweise die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben. Lösung Dann stellieren Sie Apps zur Reinigung von Junk-Dateien wie Cleaner- und RAM-Booster-Apps. Diese Apps laufen im Hintergrund und entladen ständig den Akku. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit und verringern Sie die Helligkeit, wenn sie nicht benötigt wird. Gehen Sie zu Einstellungen Anzeige Bildschirm Timeout. Stellen Sie die minimale Bildschirmzeit auf 30 Sekunden ein. Auf diese Weise schaltet sich Ihr Telefonbildschirm automatisch aus, wenn Sie es nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsmenü und schalten Sie den Energiesparmodus auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3 ein. Schalten Sie Bluetooth, GPS, Standort und so weiter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn bei eingeschalteten mobilen Daten ein Problem mit dem Batterieverbrauch auftritt, ist dies normal. Überprüfen Sie, ob dieses Problem auftritt, während Ihr Gerät im abgesicherten Modus läuft. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen für unwichtige Apps. Einer der Gründe könnte sein, dass Ihr Gerät von Malware betroffen ist. Reinigen Sie es mit Antiviren-Apps. Längeres Spielen oder Ansehen von Videos kann dieses Problem verursachen. Wenn Sie immer noch mit dem Batterieentladungsproblem auf Ihrem Samsung Galaxy Tab Active 3 konfrontiert sind, besuchen Sie ein Samsung Service Center und lassen Sie die Batterie Ihres Telefons überprüfen. Samsung Galaxy Tab Active 3 bleibt beim Startbildschirm hängen. Bleibt Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 beim Samsung-Logo hängen und lässt sich nicht einschalten? Wenn ja, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir können Ihnen möglicherweise helfen, dieses Problem zu lösen und schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Lösung Neustart erzwingen Samsung Galaxy Tab Active 3, drücken und halten Sie die Lautstärke-Taste plus ein Aus-Taste, bis Ihr Gerät neu gestartet wird. Dies löscht normalerweise den Speicher und hilft dem Gerät, normal zu starten. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 im abgesicherten Modus neu. Schalten Sie dazu Ihr Telefon aus, wenn Sie es nicht ausschalten können. Lassen Sie den Akku des Telefons vollständig entladen, bis sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie die Einschalt-Taste. Sobald das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie sofort die Leiser-Taste. Suchen Sie nach dem Neustart des Telefons im abgesicherten Modus nach dem Problem. Möglicherweise gibt es eine App, die ein Boot-Loop-Problem verursacht. Sie können die App einstellieren und Ihr Telefon im normalen Modus neu starten. Wenn sich Ihr Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 1-4. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 im Wiederherstellungsmodus. Sobald Sie Ihr Gerät im Wiederherstellungsmodus gestartet haben, müssen Sie als erstes die Cache-Partition löschen. Wenn das nicht hilft, setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Wenden Sie sich nach Ausführung der oberen Schritte an ein Samsung Service Center und lassen Sie Ihr Telefon reparieren, wenn das Problem immer noch nicht behoben ist. Apps und Spiele stürzen auf dem Samsung Galaxy Tab Active 3 immer wieder ab. Wenn Sie versuchen, eine App oder ein Spiel auf Ihrem Samsung Galaxy Tab Active 3 zu öffnen, und es plötzlich abstürzt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Dies ist ein häufiges Problem und kann leicht gelöst werden, indem Sie die folgenden Schritte befolgen. Lösung Ihre Apps und Spiele sind möglicherweise veraltet. Aktualisieren Sie alle Anwendungen auf die neueste Version. Löschen Sie den Cache der jeweiligen App, bei der Sie mit dem Absturzproblem konfrontiert sind. Gehen Sie zu Einstellungen Apps, tippen Sie auf die drei Punkte, tippen Sie auf App Einstellungen zurücksetzen. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Es besteht die Möglichkeit, dass das Problem durch einen Telefonvirus verursacht wird. Überprüfen Sie, ob ein Software-Update für Ihr Samsung Galaxy Tab Active 3 verfügbar ist. Wenn es verfügbar ist, aktualisieren Sie es. Starten Sie Ihr Telefon neu und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Stellen Sie sicher, dass der Energiesparmodus auf Ihrem Samsung Galaxy Tab Active 3 deaktiviert ist, falls er aktiviert ist.